Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Taken Crypto und heute geht es um Alchemy Pay. Warum Alchemy Pay ein fundamental gutes Projekt ist, was der Use Case ist, was für gute Partnerschaften Alchemy Pay hat. Das ist also ein Überblick über das Ganze. Warum mache ich das Video? Erstens, weil ich von dem Projekt tatsächlich überzeugt bin. Ich kann jetzt schon mal vorab sagen, ich bin nicht investiert, derzeit noch nicht, aber ich plane zu investieren, wenn der Kurs gut ist. Tatsächlich ist der Preis jetzt auch wirklich günstig. Das heißt, ich behalte Alchemy Pay fest im Auge und Alchemy Pay ist auf meiner Watchlist. Ich muss auch anmerken, wenn du Selbstrecherche zu diesem Coin machen möchtest, du findest echt nicht viel gute Seiten. Deswegen trage ich für euch jetzt mal die wichtigsten Informationen zusammen, denn da gibt es wirklich viel Crap, muss man einfach so sagen. Okay, genug Introduction, wir starten hier gleich mal rein. Wichtig, ich bin kein Anlagenberater. Dieses Video dient dir lediglich als Informationsquelle. Okay, womit starten wir erstmal ganz kurz? So hier, Marktanalyse. Wir sehen, Bitcoin und Ethereum halten sich beide seitwärts. Der ganze Markt verhält sich seitwärts. Da passiert nichts Interessantes, genauso wie gestern. Bitcoin ist psychologisch über der Marke genauso wie Ethereum. Also über 40.000, über 30.000, mehr oder weniger ein bullisches Zeichen. Schauen wir mal, wie Alchemy Pay sich dazu verhält. Er hat Alchemy Pay tatsächlich genau dasselbe seitwärts. Was wir aber hier interessant anmerken müssen, es hatte einen guten Spike gehabt. Wir schauen mal nach, wie Alchemy Pay performt hat. Wir sehen, seit 2020 ist der Chart hier drin. Alchemy Pay ist seit Twitter aktiv, seit 2018. Das ist nun mal vorab gesagt. Und wir sehen hier gegen Juli einen sehr großen Spike. Juli, August. Warm. Und seitdem ist es auf dem Radar von vielen Leuten, kann man sagen. Ja, jetzt gerade. Der Preis ist gut abgeflacht. Wir sehen, der Preis ist mehr oder weniger so günstig wie lange nicht mehr. Wenn man mal hier diesen Spike hier ignoriert, sind wir tatsächlich gerade in einem guten Preissegment. Und die Leute sind tatsächlich auch bullish auf Alchemy Pay. Wir werden jetzt mal ganz kurz die News abchecken hier, beziehungsweise Twitter. Vorher natürlich noch die Marktkapitalisierung. Wenn man das jetzt mit Veracity vergleicht, Marktkapitalisierung natürlich ein bisschen höher auf Rang 293, derzeit für 3,3 Cent zu haben. Ich weiß nicht, warum hier schon wieder Euro steht, ganz kurz. So sieht der Spaß doch schon mal viel besser aus. Keine Ahnung, warum sich das an der Hunde auf Euro stellt. Wir wollen nachher auf Dollar bleiben. Ja, wir sehen Marktkapitalisierung von 160 Millionen Dollar. Das ist tatsächlich immer noch recht günstig, wenn wir, wie gesagt, sehen Rang 293. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, das hat sich aber auch schon in der Zeit jetzt verbessert, dass die Umlaufversorgung liegt bei 43 Prozent. Mehr oder weniger dem geschuldet, dass es noch ein recht kleines Projekt ist. Dennoch ist das was, was man als Investor jetzt nicht so gerne sieht. Warum? Einfach eine hohe Dumping-Gefahr. Der Preis könnte hier nochmal stärker fallen, wenn mehr in den Markt reingepumpt wird an den Coins, an den Tokens. Die maximale Versorgung liegt bei 10 Milliarden und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht zu wissen. Jetzt gehen wir hier mal auf Twitter rein. Wir sehen bei Twitter im Juli 2018 gejoint 142.000 Follower. Das finde ich ein gutes Zeichen. Generell, wenn man hohe Twitter-Aktivität hat, sieht man, die Leute arbeiten. Und wir sehen, die tweeten hier recht regelmäßig. Gut, aber nicht so viele interessante Sachen, deswegen gehen wir auch gleich mal weiter. Und zwar gehen wir jetzt hier auf die Startseite von AlchemyPay. Die ist tatsächlich sehr clean aufgebaut und du findest hier alle nötigen Informationen, die du brauchst, plus noch mehr. Also das ist eigentlich die einzige Quelle, die man fast verwenden kann. Die haben ein White Paper von ungefähr 36 Folien. Das können wir uns dann auch nochmal angucken, das Wichtigste zumindest. Wir gehen jetzt hier mal weiter. Und zwar, was will AlchemyPay sein? AlchemyPay möchte die Bridge sein, eine Brücke zwischen Fiat-Währungen und Krypto. Das steht hier auch nochmal. Eine Blockchain-Adaption by Bridging the Gap between the Crypto and Fiat World. Das heißt, wie gesagt, eine Brücke zwischen den beiden Bildern. Wenn wir weiter runter scrollen, wir sehen Trusted Reviews von dem CEO von Binance, Founder von Bitcoin.com, Roger Ware, Justin Sun, der zusammengearbeitet hat mit AlchemyPay und weiteren relevanten Personen. Was ich aber sehr interessant finde, sind Partner. Leute, ihr wisst, die Leute, die meinen Kanal schon eine Weile verfolgen, beziehungsweise so lange bin ich auch noch gar nicht am Start. Die wissen, Partnerschaften sind für mich als Investor ein gutes und ein wichtiges Kriterium. Wenn wir hier mal die Partnerschaften sehen, wir können auch gleich nochmal weitergehen. Und zwar auf die Partnerschaften. Wir sehen Shopify als Partner, Arcadier, OddPay, Paytrend und natürlich viele Blockchain-Partner. Und ja, man muss sagen, Shopify ist ja eigentlich das Krasseste. Jeder sollte Shopify ein Begriff sein im Bereich E-Commerce, der da unterwegs ist. Shopify ist da eigentlich die Nummer 1 unangefochten. Auch die meisten Online-Stores, die ihr seht, beispielsweise die ganzen Klamotten-Brands, sind meistens alles auf Shopify erstellt worden. Ein interessanter Side-Fact, ne? Und dann als zweitwichtigste Kooperation Binance. Und zwar nicht nur als Listing, sondern wirklich eine Kooperation. Und wenn wir weiter runter scrollen, CeeLo, CelaVie und viele andere. Gut, kommen wir zu dem Team. Auch wieder ein positives Zeichen. Das ist aber eigentlich schon fast eine Grundvoraussetzung, dass man sieht, wer dahinter ist. Denn meistens ist es so bei den Projekten, wo man entweder eine Fake-Identität hat oder gar nicht weiß, wer hinter dem Projekt ist, sehr hohe Rugby-Gefahr. Also da aufpassen. Und zwar John Tan, der CEO. Sean Shee, der Chairman bzw. der Co-Founder. Dann Molly Zhang und Robert McCracken. Alle jahrelange Erfahrung, also auch nichts auszusetzen daran. Wenn wir uns hier mal das Ecosystem reinziehen, das ist das, was wirklich interessant ist. Und zwar sehen wir hier die Payment-Channels, die mit Alchemy Pay vernetzt sind. Darüber Paypal, Visa, Mastercard. Die ganzen Namen, die kennt man eigentlich. Merchant-Networks, wie zum Beispiel bei Shopify. Das sind wir eigentlich auch alles durchgegangen. Dann zu den Banken, die in dem Ecosystem mit drinstecken. Die generellen Partnerschaften und die ganzen Exchanges, wo es gelistet ist bzw. wo es gelistet wurde. Und zwar Coinbase, Gate.io, Iobi, Binance und Crypto.com. Also eigentlich alles, was man braucht tatsächlich. Diesen ganzen Wallets und die Cryptocurrencies, mit denen man es traden kann. Gut, das jetzt hier als kleiner Einblick. Und jetzt mal ganz kurz, was ist denn Alchemy Pay überhaupt? Und zwar ist Alchemy Pay ein Zahlungssystem, das sich auf Einzelhandelstransaktionen am Point of Sale, also POS, und Peer-to-Peer-Geldtransfers konzentriert. Und die Benutzer können die Zahlung in Fiat, Stablecoins und anderen Kryptowährungen auf traditionellen Zahlungssystemen tätigen. Gut, was bedeutet das Ganze jetzt aber? Hier mal ganz einfach erklärt. Und zwar diese Smart POOs für Kryptowährungen. Wir sehen hier, ihr kennt ja diese Zahlungsterminalien, zum Beispiel bei Rewe, wenn wir uns das mal bildlich vorstellen. Und da kann man dann sozusagen mit Stablecoins bezahlen, mit Fiat-Währungen, aber auch mit Krypto. Das heißt, die Consumer können sich hier entscheiden, mit was sie das bezahlen. Und ja, Alchemy Pay hat schon einen Use Case, hat schon Benutzung gefunden, genauso wie VeChain und diesen beide auch gepartnert. Und die Partnern eben auch aus dem Grund, weil die sich gegenseitig profitieren. Und Alchemy Pay ist eben da ideal, weil es eben diese beiden Welten verbindet. Und zwar erstens die Cryptocurrencies mit der Fiat-Währung. Und da steckt auch der Use Case drin. Okay, jetzt mal zu den ganzen Alchemy Tokenomics. Und zwar auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut ist nichts Neues. Auch, dass der ERC-20-Token, das ist ein ERC-20-Token, ist ebenfalls nichts Neues. Loopring zum Beispiel auch. Das ist eigentlich recht Standard. Das Gesamtangebot liegt bei 10 Milliarden Alchemy Pay. Und die Umlaufversorgung ist ungefähr ein Drittel, wobei es jetzt ein bisschen mehr als ein Drittel ist. Für mich aber natürlich noch ein bisschen zu wenig, muss man sagen. Gut, zu der Token-Zuteilung kann man sagen, was hier wichtig zu lesen ist, das Alchemy Pay-Team hat 18% davon. Und 18% davon ist privat platziert. Okay, kommen wir zu dem White Paper. Das hat 36 Seiten. Das werde ich euch nicht alles vorstellen. Wir gehen hier aber auf das Interessante, auf das Wichtigste ein. Und zwar ist das diese Seite hier. Was ist die Vision von Alchemy Pay? Und was sind die Missionen? Was sind die Ziele von Alchemy Pay? Gut, die Vision habe ich ja schon vorher thematisiert. Das ist einfach durch die Technologie, die Alchemy Pay bereitstellt. Wollen diese eben eine Lücke zwischen Krypto und Fiat-Zahlungssystem schließen, also die Bridge. Ebenfalls stellt sich Alchemy Pay eine Welt von größeren finanziellen Möglichkeiten vor. Und möchte somit die Zuverlässigkeit und Transparenz für Einzelpersonen, Unternehmen, Institutionen und Regierungen sichern. Und die Missionen bzw. die Ziele sind auch sehr leicht zu erklären. Und zwar möchte Alchemy Pay erstens die Blockchain-Dienste und diese Werte mit Fiat-Währung zugänglich machen. Und diese Fiat-basierten Dienste und Werte mit Kryptowährung zugänglich machen. Also sozusagen bildlich vorgestellt ein Hin und Her. Und somit möchten die die Entwicklung von Blockchain unterstützen und erweitern, verschnellern, verbessern. Die fünf Ziele, die zähle ich jetzt mal ganz kurz auf. Und zwar erstens Dezentralisation. Dazu eine große kommerzielle Anwendung. Sicherheit und Vertrauen. Eine nachhaltige Entwicklung. Und als letztes, das sollte uns bekannt vorkommen, das ist eigentlich bei jedem Krypto-Projekt die hauptrangige Mission. Und zwar geringe Kosten und hohe Effizienz. Gut, wer sich da noch weiter belesen möchte, das würde jetzt natürlich den Rahmen sprengen. Ich packe euch alle Informationen, die ich hier habe, die ich verwendet habe, alle Quellen in die Quellenbeschreibung. Da könnt ihr dann selber Recherche machen. Gut, das war es mit meiner Coin-Vorstellung zu Alchemy Pay. Ich muss ehrlich sagen, das Ding hat wirklich Potenzial im Bullenmarkt. Im Bullenmarkt. Und ich kann mir vorstellen, wenn jetzt wirklich noch ein Bärenmarkt kommt, dann kann man das Ding akkumulieren und zwar mehr oder weniger ohne Sorgen. Weil wenn man das Ding günstig schießt und dann wartet, bis ein Ausbruch kommt. Und meiner Meinung nach ist es so, wenn die Tokenomics stimmen, wenn das Team dahinter arbeitet und weiter Partnerschaften sammelt, die wirklich auch Sinn ergeben, die langfristig sind, wo beide Seiten davon profitieren, dann wird das Projekt ebenfalls auch erfolgreich sein. Die Shopify-Partnerschaft finde ich natürlich sehr cool, muss man wirklich sagen. Binance-Partnerschaft, das gibt es eigentlich fast auf allen Exchanges tatsächlich, auch wenn es ein verhältnismäßig kleiner Coin ist. Von daher spricht vieles für Alchemy Pay. Das war meine Einschätzung. Ich würde jetzt gerne wissen, was ihr davon haltet. Wie fandet ihr das Video? Gerne in die Kommentare. Allgut Ribbon. Ansonsten vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns. Peace out. Loser. 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 Loser.